Gräte Thunfisch, die schwedische Kotz-Ikone, grölt ihre wahrscheinlich Ritalin-beeinflussten Klimaparolen in die Welt hinaus und outet sich gleichzeitig als Hamas-Fangirl. Ja, war ja irgendwie klar, dass die angeblich vom Asperger-Syndrom Betroffene und demnach vermutlich geistig leicht eingeschränkte, gräte Thunfisch irgendwann einmal politisch verdirrende Signale von sich geben würde. Mission Freitags für Zukunft fehlgeschlagen, würde ich mal behaupten. Denn die durchgeknallte Wettergöre, die hat jetzt beim Mainstream ausgedient. Zumindest in Deutschland, wo die Staatsräson des Betonkopfkanzlers jede Kritik an der Volk-ohne-Raum-Politik Israels mit Antisemitismus gleichsetzt. Und dagegen kommt nicht einmal mehr Gräte Thunfisch an. Aber früher gehörte es bei den linken und grünen Kiffern gleichermaßen noch zum guten Ton ein zerrupftes Palästinenser Bettlaken als Zeichen der Unterstützung gegen die Unterdrückung eines staatenlosen Volkes um den Hals zu tragen. Und heute sind die Altlinken mit ihren Ansichten damit automatisch Neonazis. Auch wenn sie nur daran denken, die von Motten zerfressenen Wischtücher wieder aus dem Schrank zu kramen. Irgendwie ist das alles verkehrte Welt, da sieht doch kein Mensch mehr durch. Und auch die Frage, was die Kritik an der Politik Israels denn nun mit Antisemitismus zu tun hat, bleibt weiter ungeklärt. Was aber außer Frage steht, ist, dass es jetzt in Deutschland Neuwahlen geben muss. Denn nachdem die Bundesregierung 60 Milliarden Euro Extraschulden sozialistisch umlagern und damit an der Bevölkerung vorbei schummeln und planen wollte, hat das Bundesverfassungsgericht nun die Mitglieder der Regierung unter der Hand verurteilt, ihre einst abgelegten Amtseide missbraucht zu haben. Denn anstatt Schaden vom Volk abzuwenden, haben die dreist das Geld, das ihnen nicht zustand, einfach mal so eben verplant und anderswo untergeschoben und damit dem Volk einen finanziellen Schaden verursachen wollen. Und wo man sich nicht nur in der AfD und bei den letzten Überbleibseln von Intelligenz bei der CDU fragte, wie denn so ein Raub sein kann, war die idiotische Aussage der Regierung, man habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Das würde nun eigentlich den Oberhäuptling Franks alte Steineier auf den Plan rufen, um den Bundestag aufzulösen und Neuwahlen anzuberaumen. Aber auch wenn das Bundesverfassungsgericht den Nachtragshaushalt der Bundesregierung für null und nix erklärt hat, so weit geht Steineiers Liebe zur Demokratie dann wahrscheinlich doch nicht. Und so bleibt wahrscheinlich alles, wie es ist, alles nur Beschiss. Denn werde ich beispielsweise wegen Überschreiten der erlaubten Höchstgeschwindigkeit angehalten, dann werde ich ja auch nur auf meine Missetat hingewiesen und darf dann unbehelligt weiterfahren. Oder wenn ich jemandem Geld stehle, wird mir ein Richter danach auch nur auf die Finger hauen und sagen, du hast zwar gestohlen, aber deshalb bist du noch lange kein Dieb. Also weitermachen. Verstehen Sie, was ich meine? Total Kuckuck. Tschüss.